Die Mission hat begonnen. Julian Rotha steigt auf in höhere Sphären. Für einen neuen Lauschangriff. Denn er möchte der Welt zeigen, was sich hier oben so abspielt. Schon jede Glocke hat eine Geschichte. Und zum anderen auch das Klangbild der Glocken. Denn jede Glocke klingt anders. Egal, ob sie vom selben Gießer ist oder nicht. Jede Glocke hat einen eigenen Klangcharakter. Aus jeder Perspektive zeichnet der 13-jährige Schüler sie auf. Die 4 Glocken im Turm der Herz-Jesu-Kirche in Rodenbach. Per Video und Tonaufnahme. Da oben hängt die kleinste Glocke. Die hat den Schlagton C2 und ist dem Heiligen Josef geweiht. Hier befindet sich die Marienglocke mit dem Schlagton B. Hier drüben ist die Zweitgröße, die Christusglocke mit dem Schlagton G. Und oben, eine Etage oben drüber, befindet sich die große Glocke mit dem Schlagton S1. Das heißt, hier ergibt sich im Gesamten ein Salve Regina-Motiv. Das heißt, hier ist die Glocke-Geläute. Er schwärmt in höchsten Tönen von diesem Glockengeläut. Es ist dem Pfälzer seit seiner Taufe vertraut. Mit Hilfe seines absoluten Gehörs gelingt Julian Rothaar die genaue Analyse des Klangbildes. Die Gemeindemitglieder, darunter auch seine Mutter, sind immer wieder erstaunt. Er kann die Töne von weitem auch unterscheiden, dass er sagen kann, es ist jetzt C1 oder es ist C2 Strich oder es ist B oder es ist D. Also der wahnsinnige Unterschied, was er hören kann. Das ist selten, dass Menschen solches Hobby haben. Und wenn jemand so fasziniert ist von den Kirchenglocken und Kirche überhaupt, das ist etwas Besonderes. Ich finde das faszinierend, dass junge Leute sich für die Kirchenmusik begeistern lassen, noch in Zeiten von Handy, Computer, der Technik, dass er so etwas mit den Händen macht. Doch ganz ohne Technik geht es auch nicht. So hat Julian Rothaar seit einem Jahr seinen eigenen YouTube-Kanal für Glockenfans unter dem Namen Josef Glocke. Dafür hat er deutschlandweit bereits 200 Glocken aufgenommen und dokumentiert. Mein Ziel ist es, so vielen Leuten wie möglich Einblicke in Glockentürme zu gewähren und auch zum Beispiel Leuten, die dort nur wohnen und sich nicht richtig damit beschäftigt haben, auch mal zu zeigen, was hängt in ihrem Kirchturm. So wird Julian Rothaar auch in Zukunft seine Mission fortsetzen. Parallel dazu arbeitet er an einer Glockenkarte von ganz Deutschland. Ausdruck von ganz Deutschland Ausdruck von ganz Deutschland Ausdruck von ganz Deutschland Untertitelung des ZDF, 2020